Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was für eine Folge, was für eine Folge. Herzlich Willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zur zweiten Ausgabe meiner Game of Thrones Recap-Serie zur sechsten Season. Ja, die zweite Folge von Game of Thrones ist draußen. Sie heißt Home, natürlich Spoiler-Warnung für alle, die sie noch nicht gesehen haben oder generell noch nicht so weit in Game of Thrones sind. Passaut's euch nicht, kommt später zu diesem Video zurück und schaut's euch dann nochmal an, wenn ihr die Folge gesehen habt. Denn sie war echt gut. Wow. Und jetzt, oh fuck. Es ist so viel Kram passiert, Leute, ohne Scheiß. Aber wir fangen jetzt erstmal an, nämlich mit Bran. Bran ist endlich wieder da, ja. Er ist immer noch ganz weit im Norden mit Hodor und Mirror, Reed heißt sie ja, glaube ich, genau. Und einem Child of the Forest und dem Raven. Ja, und dann sind sie da am Weirwood und dann kommt das erste Flashback. Flashback! Durch die Augen von Bran. Geil. Und wir sind im Winterfell und sehen den jungen Ned Stark als Kind, wie er kämpft. Und ich glaube, Benjen. Oder war es Brandon? Weil es gibt ja auch noch Brandon Stark. Also es gab ja mehrere Starks. Ich glaube, vier Kinder waren das ja in der Zeit. Also einmal Ned, einmal... Also der Älteste war Brandon Stark. Dann kam Lyanna, dann kam Ned, dann kam Benjen. So vom Alter her, glaube ich. Benjen war also der Jüngste. Aber die kämpfen da gegeneinander. Und nettes Detail, ja. Ja, Ned sagt, glaube ich, zu Benjen, die ja gegeneinander kämpfen, dann den selben Satz, den Jon Snow auch schon zu Oli gesagt hat, als die mal so eine Trainingsszene hatten. Dann, äh, keep your shield up or I will ring your head like a bell, ne? Und das war schon ziemlich cool. Also, genau, es war halt der selbe Satz für alle, denen es aufgefallen ist vielleicht. Ja, ansonsten auch ziemlich cool. Bran fühlt sich natürlich wie zu Hause. Man sieht endlich mal Lyanna, die ja für viele vielleicht, ne? Da kommt in der nächsten Folge ja vielleicht noch was. A plus L equals J und so. Und sie ist, sie wirkt direkt ziemlich tough. Sie reitet da mit dem Pferd rum und so. Und es gibt ja auch viele Theorien, die dann sagen, hey, sie war jetzt nicht irgendeine Lady, sondern sie war so tendenziell Richtung Arya. So ein bisschen tougher halt. Und, ähm, da bin ich dann immer sehr gespannt, vor allem auf die nächste Folge. Denn da werden wir wahrscheinlich dann endlich das Flashback der Flashbacks bekommen. Ähm, Tower of Joy, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Und, ja, ansonsten mit Bran. Bran würde gerne noch ein bisschen länger da bleiben. Er wird aber rausgerissen vom, äh, Raven. Three-Eyed Raven heißt er genau. Ja. Und er sagt dann, ja, verliere dich nicht in diesen Erinnerungen und so. Du musst immer wieder in die Realität zurückkehren, mein Freund. Ja, und dann sind sie da und dann kommt Hodor. Und man hat, genau, man hat auch noch Hodor gesehen. Ähm, damals als Junge, der konnte wohl auch sprechen. Er heißt, äh, Wallace, William hieß er eigentlich und nicht Hodor. Und, äh, ja, gut, das war jetzt für mich nochmal ganz cool, aber jetzt auch nicht, also es war nett. Es war nett. Ja, genau. Äh, das Child of the Forest sagt dann Mira Reed, die draußen verträumt in die Unendlichkeit der Schneelandschaft im Norden guckt, äh, noch, yo, hey, hey, du musst, du musst hierbleiben, du darfst nicht abhauen, auch wenn es aktuell langweilig ist, weil er nur drinnen sitzt und weiße Kontaktlinsen trägt, damit er aussieht, als er hätte eine Vision und so. Was aber halt immer noch einfach cool aussieht, muss man schon sagen. Also es ist, puh, ja. Ja, genau, weiter geht's mit Davos Underwall und, äh, ja, die Night's Watch will dann endlich in den Raum stürmen, wo Jon Snow's Leiche drin liegt und Davos und noch so ein paar alte Kumpanen von Jon aufpassen, natürlich auch mit Ghost, Ghost, oh yeah. Ja, und dann brechen sie die Tür auf und, äh, nun ja, dann kommt natürlich das, worauf wir gewartet haben, die Wildlings, die Wildlings kommen und vor allem ist das erstmal so eine geile Szene, man hört draußen so ein Bam, Bam gegen das große Tor vom, äh, Castle Black und dann kommt One One, heißt der, glaube ich, der Riese, rein und wreckt erstmal so ein paar Leute da weg und, äh, ja, das ist schon ganz cool. Und vor allem, dann stehen sie am Ende da, so, hey, drop your weapons, bla bla, die Wildlings sind einfach mehr Leute und, ne, overthrown die paar Night's Watch Leute da, ähm, ja, die meisten sind auch so, okay, fuck, fuck, das ist ein Riese und krass, wir sind overwhelmed, keine Chance, wollen ihre Weapons droppen, dann wird erstmal, was ich geil fand, Olli meint dann noch so, hey, yo, ich bin Olli, also ich störe mir jetzt auf dich zu und, ja, wird dann erstmal entwaffnet und Bam, ja, und dann ist noch irgend so ein Night's Watch Kerl, keine Ahnung, so ein Random halt, ein Statist, der nochmal auf den Riesen schießt und, ähm, ihn so in die Schulter schießt mit der Armbrust und er wird einfach mal gegen die Wand geklatscht, es war, es war, es war krass, ja. Genau, und dann sind die Wildlings da, ne, wir haben natürlich auch, äh, Mormont heißt der, glaube ich, genau, und der steht dann da, ah, fuck, wir müssen den Körper verbrennen und, ah, ich hätte gedacht und, ah, nein, warum ist der ein Tod? Hat aber viele Messer gebraucht, um ihn zu töten, verdammt! Und dann steht er da so und dann kommt King's Landing, kommt erstmal irgendwie so ein Random, der erzählt, oh, und dann war da Cersei und da habe ich meinen Schwanz rausgeholt oder so, äh, und so, ne, und irgendeine versaute, dumme Geschichte erzählt und sie disst und dann kommt einfach mal Zombie Mountain, als er gerade in der Ecke steht und da, äh, sein Geschäft verrichtet und dragt ihn einfach mal komplett wieder gegen die Wand, äh, smasht seinen Kopf, so, es bedarf ihm einfach, er muss nur den Arm einfach heben, bam, fertig. Ja, ähm, ja, dann kommt noch die Beerdigung von Marcella und Jamie steht dann da mit, äh, Tommen noch im High Sept. Ja, Tommen ist mal wieder all whiny, oh, wie konnte ich das so geschehen lassen, ich bin doch der König, ich sollte doch eigentlich viel stärker sein und so, nun ja, da hast du wohl recht, aber du hast es verkackt, Tommen, also, weiß ich nicht, ich finde Tommen ja jetzt nicht schlimm, so, als Figur oder so, keineswegs, aber er ist halt echt, also, er könnte mal ein bisschen mehr machen, einfach, aber vielleicht kommt das ja noch, also, ich bin mal gespannt, ob er da jetzt noch mal ein bisschen was tut, Cersei, wie wir ihn dann, als er später noch mal zu Cersei geht, da haben wir so das Gefühl, dass Cersei einen echten Plan hat, da haben wir vor allem mit Zombie Mountain und generell den High Sparrow da mal ordentlich zu wrecken und wir haben ja vorher noch eine sehr coole Szene mit, ähm, Jamie, als der High Sparrow da nämlich noch reinkommt und vor Marcella steht und fragt, ja, warum legen wir denen überhaupt immer diese Steine mit den Augen, äh, auf die Augen? Ja, damit sie in der nächsten Welt auch ihre Augen öffnen, bla 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 und redet da wieder irgendwas und Jamie ist drauf und dran, ihn gleich abzustechen und meint so, ja, was ist denn mit meinen Sünden, ne, ich hab einen, äh, Schwur gebrochen, ich hab den alten König, also den Mad King hat er damals in den Rücken gestochen und so weiter und so fort, deswegen heißt er auch Kingslayer, wir alle wissen's und, äh, ja, da kommen halt wieder die ganzen High Sparrow, äh, oder die Sparrow-Leute rein und surrounding Jamie, ich dachte schon so, fuck, alter, wird jetzt Jamie gefangen genommen oder irgendwas passiert mit ihm, aber alles gut, nix passiert, ja, und, ähm, nun ja, ich bin ja eh gespannt, also ob Jamie nochmal ein bisschen geskillter wird von wegen kämpfen, warum kommen sie nicht auf die Idee? Okay, ich mein, gut, er hat seine rechte Hand nicht mehr, er ist ganz schön wrecked, aber warum schraubt er sich nicht einfach irgendwie so ein Schwert da dran? So, ich mein, dann kann er halt mit dem rechten Arm wenigstens noch was machen, ich glaub, das wär schon besser, als mit der linken Hand da irgendwie zu versuchen, irgendwas zu reißen, oder? Ah, egal, vielleicht kommt sowas ja noch, keine Ahnung, vielleicht auch nicht, wir werden's sehen. Genau, auf jeden Fall, da kommt auf jeden Fall noch ein Battle, wir haben's ja auch schon in diversen Trailern gesehen, dass da vor der, äh, äh, also vor dem Tempel, vor der Kirche, whatever, noch die Armee der Tyrells steht, wo Jamie dann noch vorsteht und so, da scheint auf jeden Fall noch ordentlich was abzugehen, ich bin sehr gespannt drauf. Genau, in Meereen, nächster WTF-Moment in Meereen, oder was heißt WTF es war, also, es war schon irgendwie so ein bisschen klar, aber es war trotzdem ziemlich nice, ne? Tyrion ist da und hat seinen Superspruch, der jetzt auch schon auf T-Shirts gedruckt wird und den alle in dem Trailer so geil fanden und wo sie sich alle weggeschmissen haben, ach, Tyrion ist ja so cool und so funny, ja? Ich fand ihn auch cool, keine Frage, aber es ist halt, es ist halt Tyrion, Tyrion hat auch vorher schon solche Sachen gebracht, ja? Genau, und dann steht er da und erzählt über Drachen, ha, Drachen in Gefangenschaft, das ist nicht gut, hab ich gelesen, ne? Weiß ich. Und dann erzählt er noch so ein bisschen was von Aegon the Conqueror, also Daenerys Vorfahren und so, die dann damals halt, ne? Westeros eingenommen haben und so weiter. Und dann kommt halt der Satz, I drink and I know things. That's what I do. Okay, ja. Aber das eigentlich Wichtige ist dann, dann geht er zu den beiden anderen Drachen runter. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Also der Main-Drache, der mit Daenerys unterwegs ist, heißt der Draugum. Wie heißen die anderen beiden nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall geht er dann runter und meint so, ja, Drachen können ja unterscheiden zwischen Freund und Feind und so, ne? Und er geht dann ganz vorsichtig ran, löst die Ketten, so. Und es ist halt im Endeffekt angeteasert, dass die beiden Drachen auch noch freikommen und dass die wahrscheinlich dann auch genutzt werden, um Slavers Bay zu securen. Weil, wir haben auch schon gehört, dass alles außer Marine wieder von den Sklavenhaltern quasi übernommen wurde und somit Slavers Bay wieder unter Kontrolle der Slaverer, 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 der Sklavenhalter ist. So. Und ja. Dann geht's weiter mit Arya. Auch wieder sehr cool. Es gibt mehr Training. Also dann wird sie wieder ins Face gepanscht, weil sie blind ist von diesem Girl, der Faceless Man. Aber dann kommt endlich wieder Jacken. Jacken! Ja, Jacken ist back! Juhu! Geil! A girl is not a beggar anymore. Ja, weil sie kommt wieder ins Haus von Black and White. Nachdem sie quasi eine Prüfung bestanden hat, er bietet ihr so ganz viel Stuff an. Ja, du kannst heute hier unter einem Dach schlafen, wenn du deinen Namen sagst. Du kannst heute Essen bekommen, wenn du deinen Namen sagst. Und dann immer so, nein, a girl is no one, a girl is no one. Und dann bietet er ihr halt an, wieder sehen zu können. Was halt schon verlockend ist, glaube ich. Wenn man blind ist, wieder sehen zu können. So, aber sie bleibt stark und sagt, sie is no one. Und dann wird sie belohnt und darf wieder mit ins Haus von Black and White. Und dann gibt es ja wahrscheinlich jetzt richtig Training. Und irgendwann wird sie ja, denke ich zumindest, auch wieder ihre Seekraft wiederhalten. Vielleicht so am Ende der Season, aber ich denke eher so Mitte der Staffel. Genau. Okay, weiter sind wir in Winterfell. Und das war so der erste richtige Moment, wo ich so da saß. I didn't see that coming. Ich wusste nicht, was ich denke, was ich sagen soll. Weil es war einfach so, what the fuck is going on here? Ich meine, seriously. Also, der Lord Karstark ist da. Zumindest, glaube ich. Oder der Sohn der Karstarks, die wir noch kennen aus dem Krieg im Norden. Die Karstarks sind ja ein relativ großes Haus im Norden. Und haben sich dann damals auch Robb angeschlossen. Und dann waren es ja die, die Jaime unbedingt töten wollten, weil Jaime ihren Sohn getötet hat. Und Robb hat dann halt gesagt, nein, wir brauchen Jaime als Gefangenen, weil sonst ist da nichts mehr wert. Und dann kriegen wir ganz schön auf die Fresse. Und die Karstarks meint so, nein, 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 nein. Und seitdem sind die sauer auf Robb und scheinbar immer noch den Boltons treu, weil die meinen, hey, wir brauchen frischen Wind im Norden. Hier, neues Blut. Kein Bock mehr auf die Starks, obwohl die Karstark heißen. Okay, I guess. Ja, und dann kommt halt der Maester von Winterfell oder von den Boltons rein, meint so, hey, deine Frau, also die Frau von Ramses Vater von Bruce, Bolton, hat jetzt endlich das Kind bekommen. Und es ist ein Junge. Und dann ist Ramsay ja theoretisch, vor allem wenn Sansa nicht mehr da ist, um quasi ihre Herrschaft im Norden zu festigen, ganz schön wrecked eigentlich. Und man denkt sich so, okay, hm. Und erst mal, das fand ich ja noch das Geile, weil erst mal geht er hin, man denkt sich so, fuck, wie reagiert er jetzt, er wird jetzt voll aggro und macht scheiße und so. Aber erst mal spielen sie so ein bisschen mit dir, der geht so hin, oh, herzlichen Glückwunsch, der Head ist alles so toll, wow. Und er sagt dann, ja, du wirst immer mal ein Erstgeborener sein, ne, und dann, ah, ich finde das wirklich toll von dir. Und man denkt sich so, ah, where's, where's the shit, where's the shithole, Ramsay? Und dann, ja, sticht er einfach mal seinen Vater ab. What the fuck is going on? Er tötet einmal mal Bruce Bolton. Und man denkt sich so, well, okay. Dann schickt er noch den Meister und sagt, ja, du sagst allen Häusern im Norden, dass er durch Gift getötet wurde von seinen Feinden. Und nun ja, nun ja, lügt schon. Und dann, dann kommt echt die Szene, er ruft quasi nach seiner Stiefmutter und dem frisch geborenen Kind. Und dann denkt sich so, nein, nein, bitte tu es nicht, am Ende heute das Kind noch. Und dann, oh mein Gott, das wäre so, oh, fuck, ich habe mir schon die schlimmsten Dinge ausgemalt. Und dann spielen sie auch wieder mit einem, weil sie gibt ihm erstmal das Kind, sie zögert schon so ein bisschen. Als er fragt, kann ich es mal halten, gibt sie es ihm immer so zögerlich. Und er hält es dann und man denkt sich so, fuck, der sticht das jetzt ab oder er macht irgendwas oder er smasht es auf den Boden oder keine Ahnung. Gegen die Wand irgendwas, verbrennt es, was auch immer. Und das passiert zum Glück nicht. Und man denkt sich so, ah, lässt er sich vielleicht doch leben? Nein, nein, sie gehen zu den Hunden. Okay, well, she's screwed. Und dann geht die Kamera aber wieder weg, während sie von den Hunden geraggt werden und geht auf Ramseys Face. Ja, noch meinte, ja, ich bin lieber ein Einzelkind und so. Okay. Gut, und dann gehen wir weiter zu Sansa. Und allein schon der erste Dialog, der war wieder echt so, oh, so der Anflug von einer Union. Ah, es hat sich schon so gut angefühlt, keine Ahnung. Weil, äh, Brienne erzählt Sansa dann halt, äh, wie sie Arya getroffen hat. In der vierten Season war es ja, glaube ich. Ähm, wo sie noch den Hound getötet hat. Beziehungsweise, oder ziemlich geraggt hat. Wir wissen halt noch nicht, was, ob er vielleicht nicht doch irgendwann, wir werden sehen. Ähm, ja. Ja, und das ist halt schon so, oh, ja, Sansa weiß, dass Arya wahrscheinlich noch lebt. Und geil, cool. Und, äh, ja. Dann stellt sich aber raus, äh, dass Theon nicht weiter mit denen, weil sie wollen nur weiter noch zu Warl gehen. Äh, Theon mit denen nicht weiter geht, sondern er verabschiedet sich, äh, keine Ahnung. Er ist ganz schön schlecht drauf. Ja, weil er halt sich für sehr viele Sachen die Schuld gibt. Er hat ja auch ziemlich viel Scheiße gebaut, ja. Aber er will dann zu den Iron Islands zurück. Und dann wird auch zu den Iron Islands geschnitten. Und dort sehen wir dann erstmal, äh, Theons Vater. Den Lorde der Iron Islands, ja. Wie er mit seiner Schwester, äh, also Theons Schwester redet. Und, äh, die ist so, hey, wir haben jetzt auch noch das vor. Weil sie hatten ja, als Robb Krieg gegen die Lannisters geführt hat damals. Haben sie ja im Norden einige Castles eingenommen und so. Und die haben sie jetzt alle verloren. Sind jetzt ganz schön am Arsch. Und, ja, Theons Vater will das nicht einsehen. Meint so, hey, nein, wir, wir sind Iron Borns. Wir gehen weiter und machen mehr Shit und bla. Und wir sind ganz krass und sowieso. Aber, das bringt im Endeffekt nichts. Und, ja. Deswegen gibt es dann noch so eine kleine Diskussion. Dann geht er raus. Man sieht endlich mal, wie man, was man, bei dem Intro sieht man halt immer das Schloss. Wie das so aus mehreren Türmen quasi besteht. Die so mit Brücken verbunden sind. Und jetzt sieht man endlich mal eine dieser hängenen Brücken. Auch wirklich in Action. Steht so da voll Sturm. Man denkt so, oh, fuck, was, das kann nicht gut gehen. Und dann kommt, äh, Euron Greyjoy, sein Bruder, an. Und sagt, hey, yo, brother, how is it going? Und dann sagt er so, hey, ja, hm, I am the storm. Und drag die jetzt einfach mal von der Brücke runter. Gut. Ja, dann wird er halt, äh, ist er halt tot, ne? Und jetzt gibt es wohl diese King's Mood Theorie oder diese Storyline aus den Büchern. Äh, ja, die betteln sich im Endeffekt. Also die Schwester von Theon. Ich denke, Theon wird noch so als Verstärkung dazukommen. Und dann wird das so Brother and Sister Team-Up. Da freue ich mich schon drauf. Dass Theon hoffentlich auch endlich mal was tut. Äh, also was heißt, was tut. Wieder, wieder, wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommt. Das fände ich schön für ihn jetzt. Weil er hat halt jetzt echt viel Shit erlebt. Come on. Und er hat jetzt auch so ein bisschen, er hat angefangen, sich wieder zu redeemen. Ja, seine, seine Ehre zurückzubekommen und überhaupt. Und, ja. Ich hoffe, da gibt es ein Team-Up zwischen den beiden. Ich habe die Bücher, wie gesagt, also da den Teil der Bücher. Ich habe die ersten beiden Bücher nur gelesen. Ich hoffe, da gibt es ein Team-Up. Das wird sehr cool. Und ansonsten, ja, die, genau, die werden sich dann halt mit Euron Greyjoy, also dem wahrscheinlich jetzt erstmal Lord, battlen. Und, äh, dann geht es um die Iron Islands. Und das wird, denke ich mal, auch eine coole Storyline. Okay, und jetzt kommen wir zu dem, worauf wir warten. Wir haben gewartet und ich habe nicht erwartet, dass es diese Episode passiert. Ich habe schon gedacht, ah, was kommt da jetzt noch? Kommt da noch was? Zum Ende der Folge halt. Und dann, Schnitt, wir sind bei Melisandre. Sie sitzt da depressiv in ihrem Zimmer. Davos kommt rein und fragt schon so nach Resurrection, also nach Wiederbelebung. Und so, gibt es da nicht irgendeinen Weg? Und ich habe schon gesehen, du hast einen Dämonen geboren, einen Schatten. Und, ja, du hast mir gezeigt, dass Miracles, das Wunder existieren und überhaupt und so. Und, oh, das ist geschehen. Charles Slau ist wieder da, Mann. Ich kann es einfach nicht, ich muss es jetzt einfach erstmal sagen. Ich saß da erstmal so und dachte mir, ja, damn, geil. Oh, herrlich. Ich war, oh, es ist super gut, super, super gut. Und, ja, aber jetzt nochmal, um es nochmal ordentlich zu machen. Also, Melisandre ist da erst so, oh nein, ich weiß nicht. Alles, was ich im Feuer gesehen habe, alles war eine Lüge und den großen Sieg. Und, also das, was auch schon in diverse Trailer geschnitten wurde. The greater victory I saw in the flames, all of it was a lie. Und so weiter und so fort. Oh Gott. Und dann geht sie halt rein. Lässt sich doch überzeugen. Versucht das Ritual. Erstmal werden die Wunden gereinigt. Ganz langsam. Die Musik, ihr wisst, die Musik in dieser Szene ist wirklich gut eingesetzt. Wirklich. Auf dem Punkt. Und, äh, sie reinigt die Wunden und so. Und dann denkt sich so, fuck, Alter. Da wird ja oft gesteppt. Das ist schon krass. Im Raum anwesend sind, äh, Devers, Torment. Und, ähm, ja, Melisandre und Ghost. Ghost wird ja noch wichtig, ne? Und, ähm, mein Gott nochmal. Es zieht sich dann so lang, ne? Wird so wirklich ritualmäßig gemacht. Sie schneidet ihm noch so Haare ab und schneidet ihm auch Haare vom Bart ab und so. Und denkt sich so, hm, okay. Und verbrennt die halt dann so. Man fragt sich die ganze Zeit, also ich zumindest. Okay. Ist das jetzt die Art, wie er zurückkommt? Oder spielen sie mit einem und er kommt jetzt noch nicht zurück? Oder sie sind sogar so krass und er kommt gar nicht zurück. Ich hab die ganze Zeit gedacht, hm. Weil es klappt dann lange nicht. Sie murmelt immer wieder ihr Dings, wiederholtes und wiederholtes. Ihr Gebet, ihren Zauber, was auch immer. Und wiederholtes und wiederholtes und wiederholtes. Und am Ende steht sie noch und sagt, God, please. Finally do something. Und alle geben schon auf. Und, äh, man denkt so, jetzt passiert's nicht mehr, oder? Jetzt passiert's noch? Ich weiß nicht. Dann gehen sie raus, die Tür schließt sich. Und ich dachte mir so, jetzt, jetzt kommt der Shot, seine Augen öffnen sich. Und dann ist die Folge zu Ende oder so. Und so ähnlich war es auch. Dann wird nämlich noch auf Ghost zoomen. Und man denkt so, hm, Ghost liegt da ziemlich entspannt eigentlich. Und dann macht Ghost so auf, guckt so. Und dann so, hey, what's going on? Und quasi, und dann kommt oft John und er atmet so richtig an. Und dann so, und er ist wieder am Leben. Und die Folge war vorbei. Und ich dachte mir so, oh, my God, that is a setup for the best shit. Ich meine, überlegt mal, wie geil das ist. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich die nächste Folge. A plus L equals J, Tower of Joy. Ja, wir erfahren endlich, wer John Snows Eltern sind. Und es sind wahrscheinlich nicht irgendwelche. Oh, mein Gott. Ich bin da sehr gespannt drauf, durch Bran endlich das zu erfahren. Und krass. Und wir kriegen vielleicht die erste Stark Union. Endlich, weil, überlegt, Sansa und Brienne sind auf dem Weg zur Wall. Und wer wartet da jetzt wieder? Richtig, Jon Snow. Und Jon Snow wird diese Season endlich Ramsay wrecken. Er wird ihn so fertig machen, einfach. Battle of Winterfell, wir haben es gesehen, gegen die Boltons. Und wir wissen jetzt, wer Lord Bolton ist. Wir wissen jetzt, wer die Wildling-Army anführen wird, oder? Es wird einfach nur, er wird einfach nur wrecken. Er wird einfach nur komplett Ramsay. Oh, das wird gut. Das wird gut. Ich freue mich schon. Mann, Mann, Mann. Und die Vereinigung in den Norden und hinter Sansa und hinter Dings. Oh Gott, wird das gut. Wird das gut. Freunde, Freunde, Freunde. Das ist, das wird super. Ich bin echt gespannt, echt gehypt auf die nächste Folge. Und ich muss leider wieder eine Woche erwarten. Verdammt. Aber es war eine wirklich gute Folge. Also ich, es ist wirklich sehr viel passiert. Überleg mal. Es war ja, ist ja nicht nur so, dass nur Jon Snow jetzt wieder da ist, sondern halt auch noch die Wildlings, die War gestimmt haben und so. Das waren alles coole Momente. Wir haben das erste Flashback gesehen. Ja, endlich mal wieder Benjen. Benjen, überleg mal. Der kommt ja auch nochmal vor. Ich bin echt gespannt, ob Benjen wirklich nochmal vorkommt. Weil ich dachte ja am Ende der 5. Season, wo sie dann gesagt haben, hey, ihr Uncle Benjen, he's here. Dachte mir so, ey, ist Benjen vielleicht wirklich wieder da? Oder so. Wir haben in King's Landing viel coolen Shit abgegangen. Das mit Jaime und dem High Spyro fand ich ziemlich nice. Ja, Tyrion, der die Drachen befreit, war ziemlich nice. Wir haben nichts von Daenerys gesehen und so. Wir haben auch noch nichts von Sam gesehen. Sam Tully. Bin ich auch mal gespannt. Der wird ja auch nochmal vorkommen. Wir haben diese ganzen Ramsay-Kram gehabt, was einfach nur total what the fuck war. Und wir haben dann natürlich noch, ja, Jon Snow. He's back, guess who's back. Back again. Jon Snow's back. Tell your friends. Oh, und jetzt kommen die ganzen Memes und ich weiß schon, wie alle sagen werden, dass Kiss Haringen ein fucking Lügner ist. Weil auch in jeder Show einfach wusste, dass Jon Snow nicht zurückkommt. Egal, ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge. Und ja, soviel dazu. Was denkt ihr? Habt ihr die Folge gesehen? Wahrscheinlich. Ich hab doch nicht sonst gesagt, dass hier, ne? So ein Spoiler und so. Was denkt ihr? Findet ihr es gut, dass er zurück ist? Findet ihr es schlecht? Was denkt ihr über Ramsay und dass er seinen Vater gekillt hat? Generell über die Folge. Was waren so eure Lieblingsmomente? Was fandet ihr cool? Welche Storylines mögt ihr am liebsten aktuell? Und ja, was habt ihr so für Predictions für den Rest der Staffel? Was ist bei den Iron Islands? Was geht da ab? Was geht mit Theon ab? Königsmut oder Kingsmut und so und King's Landing und alles. Schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Bis dann. Und ja, wie geht es denn? Untertitelung des ZDF, 2020